So Leute, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir spielen jetzt Nahe Jungle. Wir etablieren das Ganze, wir werden ihn auf volle Möhre Damage bauen. Wie viel Damage? Ich bin am überlegen, ob es 800 oder 9000 AD werden. Sehen wir dann. Ich würde sagen, wir fangen mit W an. Warum Nahe Jungle auch gut ist, ich habe nämlich gecounterpickt, weil hier Cassidy da ist. Und gegen Cassidy ist es einfach gut. Da sind immer Out-Attacks, sind immer da. So, wir haben mit W angefangen, das heißt, wir werfen jetzt hier die Bumerangs. Out-Attacks fliegen, Leute. Ja. Ai. Boah, das war gute Damage. Wir gehen auch direkt den hier, weil, ich glaube, Solo-Target ist besser, was das angeht. Äh, Bro, nein, nein, nein. Boah. Machen wir nicht schwach. Da rennt er einfach weg. Da rennt er einfach den Namen hinterher. Ich meine, ich weiß, dass er eine Frische und Fische, das... Ne? Ist ja auch deren Ding, was die so machen möchten. Aber, äh, Mrs. Juli, ich habe sowas ähnliches tatsächlich auch mit Bienen. What the f***? Ist mein Buff gerade gemacht worden, what the f***? Seitdem habe ich Wespenphobie. Aber ich übe schon, so ein bisschen, dass ich versuche, ruhig zu bleiben. Ist das... Ganz kurze... Warum ist ein Cassidy... Ja, du kommst jetzt nicht in die Läden. Das kannst du voll vergessen, Alter. Kann man die beide battleen? Ich glaube, leider kommt. Oh Gott, zeig mir mal, what you got. Hier wird gebattelt. Hier wird gebattelt. Okay. Ich glaube, der komische Wurmgreiber kommt gleich. Aber vielleicht bin ich ja schnell genug. Er hat ja keinen Smile, I guess. Ohne Miku, Stato, Cheezo. Das Ding ist, ich würde ihn am letzten direkt smiten. Aber... Oh, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Give it to me, Baby. Das muss schlecht. Keiten ist gerade nicht. Zack. Sehr gut. Wir verwandeln uns gleich auch zum Mega-Gnar. Thornti, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Und... Latsch auf sein Gesicht. Nice. Ne, das ist alles. Ich habe die Jungle Route 100%ig so abgestimmt, dass es genau passt. Stell mal auf, du hast was auf dem Stuhl. Ja, mich. Quasi. So, wir können uns jetzt die hier. Na, die Snacken was setzt. Wir können auch mal gleich gucken, ob wir irgendwo was ginken. Wer ist schon gestorbt? Oh, Leute, es sind ja schon drei Borderlands schon gerippt. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir die Dinge hier noch schaffen. Aber die outplayen wir einfach. Im Zweifel einfach outplayen. Ja, so, zack. Bang. Out attack into Q. Into einsammeln. Into smite. Zack. Hi. Ah, verwandel dich. Ah, ich habe noch... Wir brauchen noch zu viel. Help. Ah. Help. Z, help. Oh, danke. Help ist angekommen. Wap. So. Uff. So. Rodemach. Machen wir Rodemach Rede. Wir machen Rodemach Rede. Rodemach Rede ist da. Ab jetzt können wir richtig Gas gehen. So, wir gehen was ginken. Ich würde sagen, entweder Midlane. Toplane oder Botlane. So. Toplane ist halt Mundo, man. Der hat zum Glück Markieres Tents gekauft. Und wir haben einen AP-Team. Das ist gut. Ja, irgendwie gibt es gerade keine Möglichkeiten, was zu ginken. Ich glaube, die Papageien sind richtig madig zu ginken. Wir gehen mal Toplane. Das ist halt der, der ist halt Mundo, Alter. Der geht eh nicht kaputt. Jetzt nennen wir uns hier den Gronkh. Der ist nämlich da. Ich sag euch, den gönnen wir uns jetzt. Vielleicht die Wölfe. Vielleicht den Kasadin. Leute, ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Ich kann nichts ginken. Guck dir das an. Gepusht. 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 Flashback. So, wir gehen was ginken. Ich würde sagen, entweder Midlane, Toplane oder Botlane. End of Flashback. Weil ich könnte jetzt einfach fahren, aber ich möchte denken, ich muss mir noch... Na, die größte Stärke von, na, ist Gank. Wenn wir den... Ja, jetzt. Das wäre perfekt. I'm coming. Ja, ja. Der perfekte Urino. Der perfekte Urino. Und draufgesprungen. Einfach draufgejumpt. Da gönne ich mir, Alter. Und den gönne ich mir auch. Und das ist mein Triple. Der Triple. Der Triple. Der Gamer Deep. Da gehen wir Deep. Oh, das wäre mein Dribble gewesen. Das, ihr, das hat... Das kam mir vor so ein bisschen wie Super Mario. Springt's auf den Gegner drauf und zack, ist er weg. Hier, wir go. Na? Gibt ja tatsächlich Leute, die mich dafür flamen. Da hat jemand Cedroni Toplane mit Tiamat gespielt. Ist das von diesem Lesky Q oder was? Ey, oder hat der das hier schon wieder etabliert, dass die das hier spielen? Jetzt gönnen wir uns noch eben den Red Bull. Massimo. Massimo, 75, Contro, Prosdine, Emina, ja, und noch. Ja, Kappa Dinos, Alter. Ich glaube, wenn wir den Shopping-Meister finden, dann schaubelt er mich weg. Das wäre die Theorie. Ähm, hä, wo kam das Wort? Er wollte mich. Jetzt go, govres. Ähm, ja, schmeiß drauf. Der Bumerang ist auch da. Und der Spruch. Quill, hä? Ja, das ist gut. Das ist gut. I like this. I'm more this. Ja, Dresch, das ist ein kleines Problem. Ganz kleines. Ganz kleines. Ah, weh! Oh, aber ich habe mal das jetzt bekommen. Warum spielt keine Origins Fall? Das ist die Frage, warum das so schwer ist, glaube ich. Weil er ein schwerer Champions. Wo ist eigentlich die komische Girl hier? Schaufel-Girl. Mal schalten, leider kommt Mrs. Schaufling. Ich muss mal pull out. Pull out. Pull out! Oh, ihr seid doch Traudelköpfe, Alter. Aber zum Glück hat Traven den Secured. Alter, hier geht schon wieder los. Was ist denn hier going? Ich muss mal ganz kurz, wir haben die Repositivierungsmaßnahmen. Ah! Ah, den tun wir. Ah! Jetzt! Bam und bam! Ja, schön. Und Gesicht in dein Stein. Äh, ein Stein in dein Gesicht, meine ich. Gesicht in dein Stein, Leute. Ja, was ist denn hier los? Zack, zack, zack. Ich glaube, bitte nicht, 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 oh. Das musste ja irgendwann kommen. Das ist tatsächlich nur passiert, weil Nah absolut nicht Viable ist im Jungle. Der einzige Grund, dass er gerade funktioniert, ist, weil ich so ein extrem guter Spieler... So, wir gönnen uns Schuhe. Und jetzt kaufen wir Rageblade, hätte ich gesagt. Oder Rune King, Leute. Brauchen wir beides. So, ich habe noch eine Rache mit euch vor hier, ihr kleinen Reuden, Alter. Da, 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 da. So, jetzt machen wir WR2, das würde ich sagen, oder? Weil wir machen ja richtig On-Hit-Damage hier. Ja, guckt euch das an, wie der hier gebürstet wird, Leute. So, weiter geht's. Come on! Le Ure Gott! Le Ure Gott! Ja, dann fahr mich. Wenn du weg bist, fahr mich. Ja, ähm... Oh, schade. Der ist nämlich schon da oben in the area. Der kommt jetzt bestimmt gleich schon rüber. Das Problem ist, meine Form läuft jetzt passend aus. Was nicht ganz so geil ist, aber... Oh, der geht echt in die Mitte. Weißt du, er jedes Mal hier an meinem Redbooth und jetzt nicht. Dann gehen wir zu Zion wieder. Das Problem ist, er sieht mich ja, wenn ich da hier laufe. Das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen. Oder er geht nach unten. Und kann, was er nach unten geht. Ja, ich bin auch gleich da. Okay, Monami, Monami, Töne ihn. Alter, alles klar. Ich bin aber da, ich save dich. Gesaved einfach. Ich hab ihn, äh, so fast. Also, ja. Also, er ist leider tot, aber... Ah, help. Ich hab's getriet. So, ich hab gleich die Mega-Nachform. Eigentlich relativ wenig AP und Nami. Ähm, hier, Leute. Ich würde dafür sogar gehen. Ich würde dafür sogar gehen. Leider hab ich mich jetzt schon verwandeln und... ...lonisiert. Miau! Pango! Ah, was? Er überlegt mit 3 AP? Wirklich? Äh. Äh. Ah, mir lieblich. Oh Gott, schießt sein Zapfen da hinten hin. Sein Zäpfchen. Schießt das Zäpfchen auf den. Ist das ein... Trifft das auch Minions? Nee, oder? Ich glaube schon, wird er da nicht so krabbeln. Okay, ne, anscheinend nicht, oder? Ne. So, ähm. Also, erst Rageblade. Ich glaub, wir gehen erst nach Vroom King. Da, wir snacken uns hier den Gong. Dann werden wir jetzt hier... Jetzt haben wir immerhin mal ein bisschen AD. Wir haben ja leider Full Attack Speed. Deswegen ist es auch klar, dass wir kein Damage an dem Varus machen. Frengo! Oh, Jabo! Jabo, komm! Jabo, 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 Jabo! Komm schon, ich hab gleich noch einen Bumerang. Eins Bumerang. Sehr. Okay. Wenn das nicht broken ist, dann weiß ich auch nicht. Hier passiert was. Ich bin aber da. Frengo! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's... Ja, 600. 600, du schön. Ein Mock ist... Ich geh nochmal... Ich könnte da rein, aber ich bin dann in Zeport. Klatsch, klatsch, klatsch. Jetzt haben wir den Tau... Ja, 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 ja! Ah! Ah! Nein! Ja, hier raus mit dir. Und hier nochmal. Ah, okay. Ja, okay. Ich, ähm... Kennen wir den... Was machen noch? Kann er was machen? Ja, 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 komm, wir. Ich würde ja gerne mal für den Trade gehen, um zu sehen, wie viel Power wir haben. Da ist ein ebenbürtiger Gegner. Ebenbürtig. Let's go! Ja, das ist okay. Das ist okay, actually. Da kann man mit leben. Okay, wo ist unser nächster Gegner? Hier ist bestimmt der Schaufelomat. ich hab ihn geklaut ja 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 voll gut hier noch mal den aber ist er noch nicht dachte ich hätte ihn weg geht das war voll komisch ich war so am schaufeln aber er war auch am schaufeln und dann war das counter schaufeln ja lol das war halt so voll komisch ich dachte ich hätte ihn weggeschaufelt aber dabei ja war der noch am schaufeln ja mei hier stein für dich oh loll das ist gar kein stein wirklich so Rageblade ist fertig der Amazing Rageblade Nadel bei dem Kino von DC Marvelverse ja das war's für eine Runde hat mir gemundet ja later 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 ja 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 Bis zum nächsten Mal.